Aber eigentlich ist der nur zwei Monate alt und muss den Kaffee machen. Ich wollte vielleicht nicht sagen. Heute geht's, ha? Heute ist wirklich eine gemütliche Wanderung zum Ausgleich. Wir haben auch drei Tage gehabt, die richtig scheiße waren. Scheiße waren. Scheiße waren. An der Grenze von unseren Möglichkeiten. Meine natürlich nie. Ich habe gar kein Problem gehabt. So. Mal Zeit. I am the only fool. Wherever we are you. With you. To be free. Der Busch. Lohen. Aaaaaaah. Letztens noch ganz mit einem Strecken. Ach. Alles mit der Ruhe. Und guck mal hinterm. Darauf versteckt sich auch noch ein Segel. Na, bist du die? Ach. Jetzt rüber zum hier. Ach. Mach die Haare da vorne. Ja. Äh. Wie ist das eigentlich hier? Nee, wir haben den Tisch gebesselt. Ja. Hier ist ein Plastik. Hä? Wer hat das abgemacht? Ich weiß nicht. Ist der eins, Maxi, oder? Ja. Dann heils mich bitte in der Hose. Oh. Äh? Batterie.